Weil ich Hilfe bräuchte, um meine Zeugnisse anerkennen zu lassen. Wegen meiner Lohnung. Fakt. Tipps. Wegen meiner Bewerbung. Oder eine Probleme-Büßung. Mein Aufenthalt, Verlängerung. Und zwar die Jungsenthal. Bewerbung gehen. Weil ich Unterstützung bekomme. Bei sehr vielen Sachen, von Behörden, Briefen oder Wohnungen. Also ich bekomme sehr viel Hilfe. Deswegen komme ich hier. Hilfe brauche. Mein Tag tut Frau, bitte helfen. Weil ich viel Hilfe bei Ausbildungen und auch bei Wohnungen gebraucht habe. Grazie. Ich halte Hilfe bei der Bewerbung bekomme. Weil ich der Ausbildung helfe und dann die Post bei jedem Tag komme. Weil ich viel Unterstützung gebraucht habe für den bestigen Beruf. Wegen der Passbeschaffung. Ausaufgabe von der Schule und auch ein paar Griffe von Staat oder Jobcentral. Ich finde ihn gut. Und ja, die helfen mir. Und passt. Die helfen mir sehr gut. Was brauche ich. Sehr toll. Hilfreich und ganz toll. Sie sind vertrauensvoll. Man kann sie vertrauen. Und auf jeden Fall kümmern sich um die Sache. Und ich finde es halt voll gute Menschen hier und positive Menschen. Ich bin glücklich. Super. Alle, die Mitarbeitern helfen. Wir sind sehr nett und hilfsbereit. Super. Einfach klasse. Ja, toll. Wunderbar. Ich finde es sehr gut, was sie machen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das bekomme, was sie mir geben. Und ich finde, dass sie weitermachen sollen. Ich finde es sehr gut, was sie machen.